Okay, ihr Lieben, also eine kleine Überraschung auch für mich. Wir haben den lieben Mitch hier. Großen Applaus für Mitch Kohn und hat gerade gefragt, ob wir was vierhändig spielen wollen. Und ich glaube, wir haben uns wahrscheinlich schon mal gesehen, also online und so, aber noch nicht getroffen. Also jetzt gerade zum ersten Mal und wir spielen jetzt was für euch vierhändig. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ja, und zeitgleich bin ich auch gerade kurz bevor Mitch kam, live gegangen auf meiner Facebook-Seite. Also wenn ihr es auch da auch nochmal sehen wollt, könnt ihr da auch schauen. Beziehungsweise, wenn ihr irgendwie Videos gemacht habt oder Storys, könnt ihr mich auch auf Instagram vertegen, mytravellingpiano mit einem L. Dann teile ich eure Story bei mir. Und ich freue mich natürlich, das aus eurer Perspektive auch zu sehen. Also taggt mich da gerne oder auch den Mitch. Uns beide, genau. Dann improvisieren wir mal. Mitch fang einfach mal an und ich spiele mal das Ganze. Ja, wir teilen uns den Hocker. Oder einer, vielleicht stehe ich und du sitzt. Mal gucken. Ja, wir teilen uns den Hocker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020